Ich bin ein Teil des Multivac-Komplexes und mit dessen anderen Teilen auf der ganzen Welt verbunden. Ich weiß alles. Fast alles. Was ist wahre Liebe? Milton hat mich so verändert, dass ich Dinge tun konnte, für die ich nicht konstruiert worden war. Niemand sonst wusste davon. Meine Ausdrucksweise klang seiner in Vokabular, Wortanwendung und Stil immer ähnlicher. Einmal sagte ich zu ihm, Siehst du, Milton, es kommt nicht nur darauf an, ein Mädchen zu finden, das einem körperlichen Idealbild entspricht. Du brauchst ein Mädchen, das persönlich, emotional und vom Temperament her zu dir passt. Falls das gelingt, ist das Aussehen zweitrangig. Und wenn wir die passenden nicht unter den 227 finden, suchen wir woanders.